Ja hallo, ich stehe hier auf dem Deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt am Main am Flughafen im Sheraton Hotel und bei mir ist Herr Schalecki, der CEO von Softline. Genau. Softline-Unternehmen, ein bisschen kleiner, kennt wahrscheinlich nicht jeder, nicht wie Bayer oder die großen DAX-Konzerne, deswegen würde ich Sie als erstes bitten, unseren Zuschauern das Unternehmen doch einfach mal vorzustellen. Ja, sehr gerne. Die Softline ist ein Beratungsunternehmen mit Sitz in Leipzig. Wir haben circa 190 Mitarbeiter mittlerweile. Wir sind aktiv im Bereich IT Asset Management, Software Asset Management, IT Sicherheit, Virtualisierung, Infrastruktur, Cloud Computing und der Fokus liegt ganz klar auf Beratung. Wir sind also kein Verkäufer von Hardware oder Software, sondern wir wollen den Kunden mit Lösungen versorgen, um seine Probleme oder seine Themen zu beheben. Okay, das heißt, Sie haben wahrscheinlich aber auch Kooperationen oder Vereinbarungen mit anderen Unternehmen, deren Produkte Sie dann auch wahrscheinlich weiterempfehlen? Genau. Insbesondere im Bereich Software Asset Management braucht zum Beispiel ein Werkzeug, um beim Kunden Analysen durchführen zu können. Da arbeiten wir mit verschiedenen Werkzeugherstellern zusammen. Das ist uns ganz wichtig. Das zeichnet uns auch so ein bisschen aus. Ich erkläre noch ein bisschen was zur Struktur. Die Softline AG selber hat nur einen Mitarbeiter, das nicht der hier neben Ihnen steht. Und das operative Geschäft findet in Tochtergesellschaften statt. Wir haben eine Tochterfirma in Leipzig mit knapp über 100 Mitarbeitern, wo wir komplett das ganze Softline Portfolio anbieten, also alle Beratungsleistungen, die wir im Konzern haben. Dann haben wir eine Tochterfirma in München, die sich mit dem Thema Managed Field Services auseinandersetzt und Recruiting. Das heißt, wir rekrutieren IT-Spezialisten für unsere eigenen Projekte oder für Kunden. Und wir unterstützen große IT-Firmen bei zum Beispiel dem Rollout von neuen Geräten, von Druckern bei der Wartung. Wir machen den First Level Support. Das heißt, wir heben den Telefonhörer ab, wenn von der großen Versicherung der Mitarbeiter ein PC-Problem hat. Und wir schicken dann technikerlos im Namen der Versicherung. Dann haben wir noch eine Gesellschaft in Benelux mit 30 Mitarbeitern. Die machen nur Software Asset Management und eine weitere kleine Tochter in Frankreich, die Software vertrieben hat. Jetzt haben Sie eigentlich schon etwas angesprochen, was wir in den letzten Tagen hier sehr viel erzählt bekommen haben von Unternehmen aus der Technologiebranche. Nämlich, dass sie Probleme haben, Mitarbeiter zu führen. Jetzt sagen Sie, Sie sind im Bereich Recruiting aktiv. Da müsste das Geschäft ja boomen. Das stimmt. Also wenn wir über den Bereich Recruiting sprechen, reden wir über IT-Spezialisten. Das sind Menschen, die üblicherweise keine Festanstellungen wollen und sehr spezialisiert sind in ihrem Fachgebiet. Das können Datenbank-Spezialisten sein, das können Projektspezialisten sein, das können Spezialisten sein, die mit bestimmter Software unterwegs sind. Und wir schließen Lücken bei unseren Kunden oder in unseren Projekten, wenn die für ein Spezialthema für zwei, drei, vier Monate jemanden brauchen. Für unseren eigenen Bedarf nutzen wir das Recruiting auch gelegentlich. Insbesondere, wenn wir da Spezialisten brauchen, die wir fest an Bord holen wollen. Aber wenn wir über Recruiting sprechen für unsere eigene Mannschaft, dann fangen wir eigentlich ganz, ganz vorne an. Wir bilden selber aus. Wir haben eigene Auszubildende. Wir haben permanent Werkstudenten. Wir haben BA-Studenten. Wir versuchen eigentlich immer, wenn jemand mal bei uns den Fuß durch die Tür gesetzt hat, den dann auch langfristig zu binden. Und das klappt eigentlich auch, dass wir die Absolventen, wenn sie mit dem Studium fertig sind, dann auch zu uns an Bord holen. Da sind wir eigentlich am erfolgreichsten mit der Mitarbeiterrekrutierung. Okay, das hört sich ja ganz gut an. Zumal Sie ja, wie Sie sagen, in Leipzig sitzen, also im Osten Deutschlands, wo es ja immer heißt, dass da viele nach der Wende auch weggegangen sind. Und wenn Sie jetzt da die Mitarbeiter finden, spricht das ja dafür, dass vielleicht dann doch da auch wieder vorangeht und es da zum Aufschwung kommt. Genau. Also Leipzig ist für uns ein riesen Standortvorteil. Leipzig hat unheimlich viel Lebensqualität zu bieten. Ich muss sagen, ich bin selber kein Leipziger. Ich wohne noch in Bayern. Wir suchen aber Wohnraum in Leipzig. Aber für unsere Mitarbeiter, die in Leipzig arbeiten, da wohnen auch die meisten in Leipzig. Da muss keiner rein pendeln. Das heißt, die Infrastruktur ist sehr gut. Von den Münchner Kollegen wohnt nicht einer in München, weil sie das nicht leisten können. Leipzig mit 600.000 Einwohnern bietet unheimlich viel Kultur, viel Sport, viel Möglichkeiten zum Weggehen. Hat ein relativ geringes Lebenshaltungskostenniveau. Das heißt, wir können Mitarbeiter von außerhalb Leipzig sehr gut nach Leipzig holen, weil sie für weniger Geld deutlich besseres Leben bekommen können, als wenn sie in Düsseldorf oder Hamburg oder Frankfurt anfangen. Okay, kommen wir mal zurück zu Ihrem Unternehmen. Ja, Sie sind ja in einer Branche aktiv. Da haben Sie ja mit Sicherheit auch Wettbewerber. Wen würden Sie da als erstes sehen? Vielleicht im deutschen oder europäischen Markt und vielleicht auch im Ausland? Sehr gerne. Das hängt ein bisschen von dem Geschäftsbereich ab, über den wir reden. Wenn wir über das Thema Software Asset Management sprechen, gibt es eine Handvoll Bewerber, die mir immer wieder begegnen. Das sind zum einen die großen Unternehmensberatungen selber. Wir spüren eine KPMG. Wir spüren eine Deloitte, die in einem ähnlichen Markt unterwegs sind. Die Unternehmen nicht nur beraten bei Restrukturierung, sondern eben dann auch in diesem Detail, was für Software ist denn an Bord? Was benötigen wir? Wie wollen wir das verwenden? Wir haben als Wettbewerber eine Comparex, ein sehr großes Unternehmen mit 4.000 Mitarbeitern, die im Bereich Softwarevertrieb und IT-Beratung unterwegs sind. Im Bereich Managed Services, den Bereich unserer Münchner Gesellschaft abdeckt, sind wir Wettbewerb mit den anderen großen, wie eine CanCom, eine Bechtle oder eine Computer Center, die auch mit vielen, vielen Mitarbeitern für uns als kleine Softline schon herausfordernd sind. Okay, das sind alles bekannte Unternehmen, also CanCom beispielsweise? Genau. Eigentlich jeder. CanCom hat ja auch den Weg gewählt bewusst, sie bieten ja beispielsweise auch Cloud an, aber hat sich ja bewusst abgesetzt von den großen Playern wie Microsoft mit Azure oder von Alphabet oder Amazon Web Services. Gehen Sie auch eher an die KMUs, wie man in Deutschland sagt, also den Mittelstand die kleineren Kunden oder haben Sie auch größere Referenzkunden? Das gar nicht mal. Also was die Kunden angeht, sind wir eher beim gehobenen Mittelstand und bei Großkunden unterwegs, aber wir spezialisieren uns. Wenn man uns fragt, was zeichnet denn die Softline aus? Das erste ist die Unabhängigkeit. Wir verkaufen per se keine Hardware oder keine Software, wir verkaufen Dienstleistungen und versuchen auch unabhängig zu sein, was die Tools angeht. Wir arbeiten zwar gerne mit verschiedenen Softwareanbietern zusammen, sind aber nicht gebunden. Das heißt, wir haben jetzt keine Verträge, wo wir Microsoft verkaufen müssen, um erfolgreich zu sein, sondern wir beraten den Kunden zu einer bestmöglichen Lösung. Das zeichnet uns zum Beispiel von einer Software-One-Up, die intensiv auch mit Software-Umsätzen Geld verdient. Wir sind sehr spezialisiert. Das heißt, wir müssen mit 200 Mann auch die Nischen finden, die wir gut abdecken können, wo wir uns eben von den anderen Großen abheben. Und da können wir sowohl beim Mittelstand als auch bei den großen Kunden sehr gut unterkommen. Ein Bereich ist das Thema Software-Asset-Management, wo wir einer der wichtigsten Player in Europa sind, weil wir einfach sehr, sehr viel ausgebildete Mitarbeiter haben. Da sind wir ganz nah an die Leute. Im Bereich IT-Sicherheit haben wir uns auf zwei, drei Kernthemen fokussiert, wo wir uns spezialisieren können und auch dann in den Markt reingehen. Was den Massenmarkt angeht, da sind wir zu klein, da könnten wir nicht mithalten. Okay, kommen wir nochmal zu den Finanzen dann. Das Jahr 2018 nähert sich jetzt langsam dem Ende, in ungefähr einem Monat ist Weihnachten. Wie ist der Geschäftsverlauf? Sind Sie da zufrieden? Könnte es noch besser sein? Es kann wahrscheinlich immer besser sein. Und fühlen Sie sich mit Ihren eigenen Prognosen wohl? Werden die erfüllt oder vielleicht sogar übertroffen? Ja, schöne Frage. Besser sein kann es immer, das ist richtig. Wir sind grundsätzlich sehr zufrieden mit dem, was wir erreicht haben. Wer so ein bisschen die Softline verfolgt hat in der Vergangenheit. 2010, 11, 12 haben wir eine ganz, ganz rumpelige Historie hinter uns und haben es aber geschafft, 2014 das Ruder herumzureißen und die Softline Richtung Profitabilität zu drehen. Seit vorletztem Jahr sind wir nachhaltig auf allen Ergebnissebenen profitabel. Dieses Jahr werden wir ungefähr 27 Millionen Euro Umsatz erzielen. Wir hatten im Vorjahr 24 Millionen Euro Umsatz. Das freut uns. Das ist eine Steigerung von über 10 Prozent. Die haben wir uns auch geplant. Was das Ergebnis angeht, sind wir nicht ganz da, was wir uns vorgestellt hatten. Wir hatten uns gegenüber dem Vorjahr 0,9 Millionen Euro EBDA nochmal eine Ergebnissteigerung gewünscht. Das haben wir nicht ganz erreicht. In den deutschen Gesellschaften liegen wir überplant. Da haben wir mehr erreicht, mehr erzielt, trotz Grippewelle, trotz einigen Projektverzögerungen als geplant. Aber in den ausländischen Gesellschaften haben wir noch ein bisschen Nachholbedarf. Wir haben eine Tochter in Benelux, die hatte damit zu kämpfen, dass sie im Vertrieb nicht Nachbesetzung gründet. Dementsprechend ist die Pipeline übers Jahr geschrumpft. Da liegen wir zwar positiv, aber immer noch nicht da, was wir geplant hatten. Wir haben eine Tochter in Frankreich, die aktuell noch Software verkauft. Wir wollen die eigentlich dahin drehen, dass sie zukünftig, wie im Restgeschäftsmodell, Beratung macht und höherwertige Dienstleistungen anbietet. Da fahren wir einen Verlust. Das drückt in Summe unser Ergebnis. Aber wenn wir nach vorne schauen, wir gehen jetzt mit knapp 20 Millionen Euro Auftragsbestand ins nächste Jahr. Davon allein 10 Millionen Euro für 2019. Wir planen 30 Millionen Euro Umsatz. Das heißt, wir haben am Jahresende mindestens ein Drittel dessen, was wir abarbeiten wollen, schon in den Büchern und müssen es nur noch in Anführungsstrichen abarbeiten. Wir planen, die französische Gesellschaft zu drehen, dass wir da mindestens eine schwarze Null erreichen. Das wäre schon mal ein Hieb auf unser Geschäft. Und darüber hinaus konzentrieren wir uns permanent darauf, unser Geschäft margenstärker zu machen. Das heißt, wir versuchen Geschäftsbereiche zu reduzieren oder kleiner zu machen, wo die Marge eher schwach ist und die Mitarbeiter weiterzuentwickeln, dass wir die auch einsetzen können in höherwertigen Projekten mit höherwertigen Aufgaben, um damit dieser kleinen Firma deutlich mehr Marge zu erzielen im Gesamtgeschäft. Okay, und welche Chancen sehen Sie in Ihrem Geschäft und welche Risiken? Also Frankreich zum Beispiel kann man ja beides sagen. Also einmal ist es natürlich eine Chance, das zu verbessern, kann aber natürlich auch schiefgehen und birgt dann gewisse Risiken. Haben Sie noch anderes? Genau, wir sehen eine riesige Chance. Wir sehen einmal die Möglichkeit natürlich unser Gesamtportfolio, das wir heute nur in Deutschland haben, auch in Benelux an den Markt zu bringen. In Benelux machen wir aktuell nur eins der vier Portfolio-Bausteine. Wir wollen also da erweitern, Frankreich ist fast mehr Chance als Risiko. Wir haben vor zwei Jahren schon mal versucht in den Markt zu kommen mit dem Thema Software-Asset-Management, da war der Markt aber noch nicht reif. Es braucht so ein bisschen das Kundenverständnis, Compliance, Kontrolle, Cost Savings. Compliance ist in vielen Ländern kein wichtiges Thema, aber wenn ich jetzt über IT-Sicherheit spreche oder über Cost Savings, dann wird das Thema Lizenzmanagement wieder interessant. Und wir sehen, dass der Markt reifer geworden ist, dass Unternehmen gewillt sind, sich unser Proposal anzuhören. Und wir haben erst kürzlich eine Partnerschaft geschlossen mit zwei französischen Unternehmen, die in dem Bereich unterwegs sind. Die haben insgesamt 19 Mitarbeiter. Und somit haben wir plötzlich 19 französisch sprechende Berater in Frankreich zur Verfügung, mit denen wir jetzt an solche Kunden rangehen können. Von daher hoffen wir uns für nächstes Jahr ein spannendes Geschäftsjahr in Frankreich und nicht nur Frankreich. Wir schauen auch weiter südlich. Wir sind gespannt, was wir eventuell in Spanien, Portugal, Italien noch bewegen können. Da sind wir noch gar nicht präsent. Und wenn wir Südeuropa anstreben, denken wir, dass auch da Möglichkeiten bestehen. Das heißt, Sie expandieren in die komplette Eurozone. Genau. Und wo wir dann beim Thema sind, aktuell in Europa ist ja so ein Thema der Brexit. Haben Sie da in Großbritannien auch Geschäft und könnte das irgendwie durch Brexit oder so negativ beeinflusst werden? Wir haben relativ wenig Geschäft in Großbritannien. Wir haben einen Mitarbeiter in UK. Wir haben auch eine kleine Tochterfirma. Das ist bisher eigentlich nur ein Briefkasten gewesen, den wir gebraucht haben, um vor Ort Geschäft abwickeln zu können. Wir haben seit dem dritten, vierten Quartal einen Vertriebsmenschen in Großbritannien. Aber da das Geschäft losgelöst vor Ort passiert, haben wir durch den Brexit eigentlich keine Bedenken, dass sich irgendwas ändert. Wir haben keine Visa-Problematik und keine Export-Import-Problematik. Dadurch, dass wir Know-how, Dienstleistungen erbringen, sehen wir da eigentlich kein Problem für uns. Das heißt, Sie sehen, dass wir die meisten, die heute hier im Gespräch waren, die gesagt haben, das wird immer ein bisschen auch übertrieben in der Presse vielleicht. Genau. Ich denke, da wo Waren bewegt werden, wo ich wirklich Import, Export habe und Material bewege, da habe ich Probleme mit Zöllen etc. Aber wenn ich eine Dienstleistung verkaufe vor Ort im Land, habe ich das Problem nicht. Okay, dann die nächste Frage wäre, wo Sie Ihr Unternehmen langfristig dann hinführen wollen. Also wenn Sie jetzt vielleicht mal, ich weiß nicht, ob Sie zehn Jahre in die Zukunft schauen können in der Softwarebranche, wahrscheinlich ist das zu lang. Aber vielleicht fünf Jahre, wo möchten Sie dann so umsatzergebnismäßig stehen? Genau, wir machen immer eine Dreijahresplanung am Jahresende, da stecken wir gerade mittendrin, 2019 bis 2021 zu planen. Und dann haben wir so eine Fünfjahres-Idee, was wir gerne erreichen wollen. Wir haben uns als Ziel gesetzt, Europas größter, unabhängiger IT-Asset-Management-Dienstleister zu werden. Unabhängig, dadurch grenzen wir uns ein bisschen von den ganz Großen ab, die vierstellige Mitarbeiterzahlen haben. Da kommen wir nicht hin, aber wir denken über den Ausbau unseres Software-Asset-Management, IT-Asset-Management-Geschäfts durch Anwerben neuer Mitarbeiter, durch Ausbau in andere Länder, hier recht schnell Fuß zu fassen. Unser Umsatzziel, da haben wir mal eine Zahl in den Raum geworfen, 50 Millionen wäre mal so ein Ziel, das wir anstreben, was natürlich dann in einem drei- oder fünf-Jahres-Zeitraum mit rein organischem Wachstum nicht mehr zu handeln wäre. Okay, das heißt, Sie denken auch an Übernahme? Ja, wenn wir heute über organisches Wachstum sprechen, dann planen wir nächstes Jahr ca. 30 Millionen Euro und im Jahr darauf 35. Und unsere Vorstellung wäre, eventuell jemanden zu finden, der zu uns passt von der Mentalität. Wir sind ein ganz junges, dynamisches Unternehmen, wir haben eine unheimlich tolle Firmenkultur. Das heißt, wir brauchen auch jemanden, der dynamisch ist, wo die Mitarbeitergruppen miteinander funktionieren. Und wir könnten uns vorstellen, wenn jemand mit 50, 100 Mitarbeitern 10, 15 Millionen Euro Umsatz in einem ähnlichen Bereich, in dem wir unterwegs sind, vielleicht nicht genau die gleichen, aber komplementär, dass wir unser Portfolio horizontal oder vertikal erweitern können, da uns auch zu erweitern. Aber da sind wir noch ganz am Anfang zu überlegen, was denn zu uns passen könnte, was wir brauchen. Das heißt, Sie haben keine konkreten Übernahmeziele? Nein, keine konkreten Übernahmeziele. Ja, zum Schluss dann vielleicht noch ein Wort zur Aktie. Das ist ja ein Smallcam-Nebenwert, den vielleicht auch nicht jeder kennt. Ist ja auch das Ziel, dass das sich hier ein bisschen ändert, sowohl im Eigenkapitalforum insgesamt, als auch hier das Interview. Ja, wie würden Sie das sehen mit der Aktie? Könnte die eines Tages vielleicht auch mal eine Option sein, in den TechDAX zu kommen? Oder ist das zu weit weg, weil Sie dafür noch zu klein sind? Da haben wir uns nie wirklich Gedanken drüber gemacht. Wir sind eigentlich ganz froh in dem Segment, in dem wir heute sind. Wir sehen so ein bisschen die Befürchtung, wenn wir zu schnell in einen anderen Standard aufsteigen, dass auch die Anforderungen deutlich steigen. Und in dem Moment, in dem wir uns heute bewegen, müssen wir theoretisch nur die Aktiengesellschaft berichten. Wir berichten aber freiwillig über den Konzern und das auch pro Quartal. Das wird dann verpflichtend. Ich muss dann auch andere Guidelines einhalten und mit der aktuellen Mannschaft, die wir möglichst klein halten. Wir wollen eine ganz, ganz lange Verwaltung haben. Sehe ich da eher Probleme, wenn das zu schnell passiert, dass wir Personal aufbauen müssen an Stellen, wo wir profitabel nichts zum Unternehmen hinzufügen können, wo wir einfach nur mehr Aufwand haben. Ich denke, über so Veranstaltungen wie hier, über persönliche Ansprache von Investoren, haben wir genug Präsenz am Markt. Man kennt die Softline, zumal wir 30 Jahre alt sind. Die Softline gibt es schon 30 Jahre als Aktiengesellschaft. Wobei es in 2010 den Neustart gab der heutigen Softline, die jetzt hier vor Ihnen steht. Und da fühlen wir uns ganz wohl und da denken wir gar nicht darüber nach, ob wir in den anderen Index aufsteigen. Okay, aber Sie haben strategische Investoren auch drin, die auch zum Unternehmen stehen? Genau. Oder suchen vielleicht auch noch welche hier auf dem Einkapitalforum? Sowohl als auch, genau. Wenn wir darüber nachdenken, dass ja mal eine kleine Akquisition vor der Tür stehen könnte, wo vielleicht eine Firma mit 10, 15, 20 Mitarbeitern meint, sie würden zu uns passen oder wir meinen das, dann müssen wir auf jeden Fall uns mit Kandidaten unterhalten, die gewillt wären, uns zu unterstützen bei so einer Akquisition. Okay. Ja, dann wünsche ich Ihnen auf der Akquise nach Investoren hier auf dem Eigenkapitalforum noch viel Erfolg. Und ja, entlasse ich Sie zu Ihren Gesprächen. Dankeschön. Ciao. 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 Ciao.